Hi, hier ist der Peter, euer Stuckateur. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Was macht der Peter? Der Peter ist auf der Baustelle als Stuckateur, Verputzer, Fliesenleger, Handwerker aus Leidenschaft. Erzählt viel Quatsch, Blödsinn, was mir über die Jahre so passiert ist, was ich so mache. Ein paar Tricks, ein paar Kniffe, die ich weitergebe. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ich habe das bis dato auf meinem Status verbreitet und kam die Rückmeldung, mach das doch mal auf YouTube. Ich mache es jetzt einfach mal. Da ist ein Kollege, der hilft mir, das Ganze zu schneiden, die ganzen Videos. Der fand meine Videos immer toll. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Viel Spaß beim Gucken.